Silvia Wollny reist gemeinsam mit Püppi und Loredana ins Familiendomizil in der Türkei, um dort ein Erntedankfest zu zelebrieren. Punkt der Acker müsste mittlerweile eine reiche Ernte gebracht haben. Doch bei ihrer Ankunft stößt sie auf eine unerwartete Enttäuschung. Was macht das Feld? Will Silvia wissen, kaum dass sie im Familiendomizil des RTL-Clans in der Türkei angekommen ist. Punkt Loredanas Mann, Servet, hatte versprochen, sich während ihrer Abwesenheit um das Projekt zu kümmern. Punkt Familienoberhaupt Silvia kann es kaum erwarten, die Ergebnisse zu sehen und ist gespannt, wie die Ernte schmecken wird. Punkt dafür hat sie sich auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen, ein Erntedankfest, um herauszufinden, ob sich das im Endeffekt rentiert hat, ein eigenes Gemüsefeld zu haben. Doch was die Wollnys-Mama noch nicht weiß, die Ernte wird nicht so üppig ausfallen, wie sie es sich erhofft hatte. Die Wollnys wollen Entedankfest feiern, doch Schwiegersund Servet verheimlicht etwas. Der Grund, das Feld ist fast leer. Ich habe ein sehr großes Problem, wegen dem Entedankfest, weil im Feld ist kaum noch was, gesteht Servet und fühlt sich sichtlich schlecht dabei. Punkt vieles sei reif geworden, erklärt er und gesteht, während die anderen in Deutschland waren habe ich auch was meiner Mutter verschenkt. Jetzt weiß er nicht, wie er Silvia die schlechte Nachricht beibringen soll, ohne ihr das Entedankfest in letzter Minute zu vermiesen. Punkt ich glaube ich hab alles verkackt, gibt er völlig verzweifelt zu. In seiner Not sucht er Rat bei Florian Köster und Peter Wollny, denen er schließlich erzählt, was wirklich passiert ist. Zukünftiger Wollnys Ehemann Servet besorgt, Silvia reißt mir den Kopf ab. Auch Florian und Peter sind schockiert von Servets Geständnis und werfen ihm für einen Moment sogar vor, das Gemüse verkauft zu haben. Punkt doch Servet weist diese Anschuldigung vehement zurück und beteuert noch einmal, dass nur er und seine Mutter davon gegessen haben. Punkt die waren ja auch in Deutschland. Was soll ich machen? Versucht Servet sich zu rechtfertigen, doch er ahnt schon, Silvia reißt mir den Kopf ab, wenn das Entedankfest nicht funktioniert. Schon gewusst, der zukünftige Wollnys Ehemann steht seiner Mutter sehr nahe und vertraut ihr sogar Sohn Aurelio an. Eine Lösung muss her, und zwar schnell. Peter und Florian schmieden daraufhin einen echten Masterplan. Sie wollen einfach Gemüse im Supermarkt kaufen, es heimlich auf dem Feld platzieren und so tun, als wäre es frisch geerntet. Dass das eine Katastrophe wird und Silvia natürlich dahinter kommt, ist jetzt schon klar.